Musik 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 Tschüss Wala hättest du durchgezogen ne? Sowas geht gar nicht, also sowas ist auch wirklich ein Tabu. Ich tue hier meine Arbeit leisten. Ich bin Bademeister von der Villa La Plaza. Guck mal das außen, Bruder. Was sucht da einen Stuhl schon wieder drin, ja? Ich weiß nicht. Ich bin unschuldig. Bruder, BMW und Mercedes. Da ist zum Beispiel Interieur besser, da ist es sportlich. Aber wala billah Audi ist genau da in der Mitte. Audi! Für mich ist Mercedes. Danach kommt, boah, ich weiß nicht. Wenn mir kommt Mercedes, dann Audi. Aber R6 meins, wala. Bei BMW, Bruder. Mercedes, BMW. Aber für mich ist ein Traumauto Porsche, meine Elba, Bruder. Wala billah. Nein, Bruder, ich sagte Porsche, meine Elba und wenn du so auf diese richtig hohe Klasse gehst, Bruder, einen fetten Aston Martin, Bruder. Nein. Wala, darf ich die Rolls Royce nehmen? Ja, safe. Ja, 100 Prozent. Mit Sternenhimmel und so. Das ist der Phantom oder das ist der Coolingland. Oder Rolls Royce ist gar kein Auto, den du selber fährst. Ich küsse dein Herz. Wer fährt... Wala billah, wenn ich ein Rolls Royce... Wenn ich diese Level wert, dass ich Rolls Royce haben würde, ich würde den Wagen ganz selber fahren. Ich würde einfach hinten chillen, Bruder. Und jemand soll mich die ganze Zeit mit dem Wagen fahren, Bruder. Ich würde mir niemanden an Rolls Royce holen, damit ich ihn selber fahre, Bruder. Warum nicht? Nein, Bruder. Auf Lanschritt und jeder sagt, das ist das angenehmste Auto. Sie sagen, man kann mit einem Finger das Lenkrad dringen. Boah, Rolls Royce ist heftig. Wendt, ey. Aston Martin. Boah, diese ganzen Autos kostet einfach die Produktion 5 Euro. Wala, ich glaube... 5 Euro. Wala, ey. Und dann zahlt man einfach 600.000 Euro für ein Auto. Was laberst du denn? Am Ende. Was für 5 Euro? Zum Beispiel jetzt verhältst du. Zum Beispiel? Ah, Bruder, ey. Ja, du Trotto, halt die Gorschen. Weißt du was, die Gorschen nicht? Ich stelle mir vor, der Barré ist so Star, ne? Und er steckt ein Auto ein, aber mit diesen Dings da, mit diesen Abtrenndings da, ne? Und man sagt dir so, ey, Chauffeur, mach mal Fernsehen runter. Runter so, auf einmal dreht ich um, bam, ich, mit langen Haaren. Biggie? Du so, por favor. Ich so, por favor. Wie, Bruder, was machst du hier? Ja, Bruder, Wallah, hat nicht geklappt, Bruder, ja? Hat nicht geklappt, Bruder. Ich sag, wie, Bruder, komm mal da hinten, wir fahren Clubshow, wir gehen zusammen. Ich sag, vollah wglur ah? Ja, ha 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 Der Weg von Dicke, ehrlich, bitte, scheine Stabeln, ey, ey, komm, was du machst, bevor mein Hook anfängt, ne, da ist dann keine Lücke, machst du, ey, ey, komm mal, achte hier. Jetzt. Jetzt. Ey, ey, die Bivon Dicke, ehrlich, bitte, scheine Stabeln, ey, dein Kopf ist kuppert, und Mama, ich hab die Tatlinge, ey, ey, Wala, ich nehme die Hook. Ja, nimm die, nimm die. Sag ehrlich, will ich das an, bitte? Hm? Hörst du gut, die Buhung an? Ja. Ist okay. Sei ehrlich, Wala. Vielleicht ein bisschen whistlet, aber Wala. Wala, bin ich nicht die Hook behindert, Bruder, irgendwie, Wala. Okay, machen wir nochmal von Anfang an. Komm mal, was jetzt machen wir? Wala, was sagst du dazu, wenn ich dir sage, Bruder? Ja, dass wir ein Wort nehmen, was ein Orwum ist, damit das im Kopf bleibt. Wala, ich kann einfach Hooks machen, mit, ja, äh, Kalt und so. Ja, das ist totlugig, Bruder, der Lüge, ich sehe wild von mir, Wala. Komm mal, komm, da reinkommen. Gib mir Sascha, voll, Baba. Ja, Mann. Rascha, Rascha, Rascha. Check, check. Ja, Usse. Oh, die Mäbe. Oh, eigentlich, du verpasst. Ja, ja. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du ganze, wenn du Sachen sagst, Bruder. Ich sag gar nichts. Ja, mach die ersten. Okay, ich mach mit. Warte, ich schau dich wieder vor, Mikro. Jetzt. Hey. Hey. fades. Ich hör den Teufel friss an, ey 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 wie wollen die Kinder, ich bin sich rein, ich labe Ey, der kommt mir so pardom, Mann, nein, ich hab mich da Niemand, ich verreu, auch sei, der meine ich war nicht schade Ich hör den Teufel friss an, ist eins, ich lade Ich hab mich da, Mann, ich hab mich da Ich hab mich da, Mann, ich hab mich da Der Talang geht sich mir zu weit Aber komm und komm wieder rein Die Ränenbrüllen wieder, aber fragen, ob er sich dann locker wieder rein Ey, der mit beiden, was du aufpassen kannst, er kommt 10 Millionen Nein, nein, geht aus, ey, das sieht einfach gut an Wie findest du mich jetzt? Nicht gut Oh, Allah, auf ernst? Verformt lieber nicht Weißt du was, was spielt man sich, ich will dir selbst vertraumt essen Wallah, man sich vertraumt, ich scho am Arsch, nehmt ganz Scheiß lieber drauf Ja, ne? Ja, ja Lieber, bevor wir uns blamieren, ne? Geht lieber schlafen Ich hab dir gesagt, was ist das denn? Sag mir, da kann ich jeden, was ich mir kann Und dann sagen die bei dir Was ist das denn? Äh, 6 Was machst du? Äh, äh, 6 Wallah, 6 Jawohl, 6 Weißt du, bevor ich Angst habe, wenn wir jetzt, beispielsweise, weil sie trocken wurden, ne? Und dann sagen die, was ist das, wie kommt denn, Top 10? Anna, nicht, ihr Kind Bruder, ich hab nie gehört, wie gehört die Top 10 Sie zeigen mich nie, wieder, Wallah, irgendwo im Internet oder so Oder allgemein, Eike, 6, ich komm niemals Wenn ich immer sagen, Eike, 24 Wenn ich, schau mal vor, jetzt, äh, von Eska, ich liebe dich, mein Bruder, Wallah, nur Liebe an dir, ne? Hey, guck mal, wie der seine Leute hat sich rein Na, Wallah, aber weißt du, bei dir, der arme Junge, wallah, dieses Haus im Partys, der wurde zum Hund gemacht Ohhhhhhhhhh Hast du den zum Whistler gemacht? Hast du den zum Whistler? Nein, nein, Wallah Guck mal, die deutsche Kommune zu dir, die ist so dreckig Also ich würde nicht, dass ihr Trin extra runter gemacht wurden, warum sagst ihr das so was, oder? Allgemein, ich sage mal, wenn du deine Musik vor dir den Pater hast Wenn du das, schau dich um im Mikro Ich denke, ich lasse noch Mikrositze in der USA. Oh nein, ich pack den. Ich pack den. Ich pack den. Leuchten, dein Maske. Ihr kennt es. Der hat immer vor Skandal genervt, um lustig zu sein. Meint der, du Mitläufer. Ich krieg nur noch eine Maske, dann bist du der, Bruder. Hier ist noch meine Maske. Valla, wie cringe das war. Oh mein Gott. Und bitte mach das nicht rein. Mach das einfach nicht rein, was ich gerade gemacht habe. Vicky weint voll, weil er darf doch nicht mitkommen. Ah, Vicky. Vicky, ah. Ah, da bin ich mitgekommen. Ah. Wir haben jetzt Spaß und du nicht. Vicky, wir haben jetzt richtig Spaß und du nicht. Wir werden jetzt schwimmen gehen. Ah. Auf jeden Fall, wir haben jetzt einen neuen Teamcharakter hier. Ein Teamcharakter? Ja. Mein Bruder Azu. Der Azu muss eigentlich seinen Namen kriegen, Bruder. Wallah. Der Destroyer. Und mich nennt man der Albumabgeber. Du bist einfach... Wie viele Songs hast du schon bisher? Ich glaube sieben Stück oder so. Ja, sechs. Oder waren die meisten Songs? Nein, sechs. Mit heute sieben oder morgen? Ich war aber heute maximal am Ende, Wallah. Und? Maximal. Weil du schreit doch nicht um vier Uhr morgens rum, Bruder. Ich war das nicht, Mann. 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 Du hast so rumgeschrien. Ich war das nicht, Mann. Ich war das nicht, Mann. Ich schwöre, du hast rumgeschrien die ganze Nacht. Du dich aber nicht. Die ganze Nacht, Bruder. Ey, yo. Ich bin nicht mehr wie der vor dir. Normalerweise, dass man hier kriminell wird. Normalerweise, wenn ich sowas nicht mehr essen kann. Was ist das, Bruder? Ah, ist das einfach Grin. Hä, Gelder? Wir haben dein Indy gefragt. Was haben wir dein Indy gesagt? Wallah, wir haben gesagt, dass wir dich auf die Toilette beim Parita machen. Das ist ein bisschen lustig schockt, meine Mutter. Das stimmt nicht mal. Warum macht ihr sowas? Sag, Golan hat dir sowas gesagt? Alex, musst du jetzt auch so hoch im Interview machen? Kenan. Wir haben gesagt, wir meinten eine lustige Story, was passiert ist in der Villa. Wir meinten, Alex, wir sind vorbeigelaufen. Ey, lass aber gar nicht los. Ich will. Wir müssen nochmal aufrehen. Wir haben uns an die Tür angelehnt. Wir rießen uns an die Tür angelehnt. Wir haben uns an die Tür angelehnt. Danach, wir gucken in der Toilette. Wir gucken, da ist Kenan. Er sagt, Agmanisiki, was macht ihr da? Agmanisiki, schau gerade am Jackson. Agmanisiki. Boah. Boah. Ich hab gesagt, eigentlich hätten wir erwartet, dass der Skandal und der Infinita wäre. Auf einmal war der Keno da. Das sind unsere Dings. Bruder, das sind echte Platten. Asu klaut Ideen. Ihr wisst Bescheid, mach keinen Faxen. Das waren unsere Ideen mit Wasserpistole. Asu hat geklaut. Asu hat geklaut. Ich hab Wasserpistole an mich. Ich muss eh mal endlich. Ich muss den testen. Der hat gewehkert, der hat gewehkert. Oder der hat gewehkert. Aber der hat gewehkert. Mi Amore. Wala, Billa, der ist schwer, aber der kommt vom Herzen. Waaah. Waaah. Guck. Oh. Wesh. Ich träumte von einem R, seit wir Kinder waren. Später sah die Kalabtsche an meinen beiden Armen. Ich sagte, ich hol die Jungs raus aus diesem Loch. Doch die Träume meiner Brüder sind geplatzt im Zehnenstock. Daher schlägt ich, wenn ich nachts da draußen war. Denn die Sohn fährt zum Kunden ein Kilogramm. Hasch bremste die Zeit. Umfassbar steh wieder vor dem Eingang, denn die Mio ist machbar. Ich blicke runter auf den Innenhof. Amnese 4 und 6er, was für Mindestlohn. Ich seh Klienten kommen wiederholen. Ich seh die Jahre, die sich langsam wiederholen. Zu viel Gedanken in Schäden. Zu viel Neid in der Gegend. Ich sag mir hol die älsten Dinge, mach auf kleine Knüsse. Nur nach Bubbles, Reihen finanzieren, nimm ein Pausenbrot. Mit 6 Jungs lang rein, hol die Klasse. Von 6 Jungs waren leider 4 kleine Ratten. Von 4 hatten Reihen, brachten 4 an mein Herz. Tröten nachts auf dem Dach von Juana zu mehr. Wolken einmal ans Meer. Heute spiel ich ja ein Ozean. Überflutet mein Herz. Hole wieder mein Material. Stand im Keller, damit du am Abend essen kannst. Mein Horizont, die Straße, ich konnte keinen Insekten empfangen. So bin ich geschlafen, man guckt meine Augenriege an. So sieht dein Junge von der Straße als verdammt. Die Gedanken sind kreisend. Na, besitzt tief, denke an damals. Vielleicht bist du an einem besseren Nord. Hier in Schallah. Na, bin im März. Lass dich auf der Schulter. Ich trage den Schmerz. Flüchte vor Hass. Flüchte vor Liebe. Geh mir weg. Kuscheln, Pipa, erlaubt keine Fehler. Die Schöter macht die Schöter, okay. Ja, die Straße war mein Leben. Aber deine Liebe, ja, sie gab mir Kraft. Deine Liebe gab mir Kraft, schreibe meine Seele raus. Ja, du wolltest Frieden haben, aber jetzt ist es ein Spürhass. Wenn ich in meinen vergangenen... Ja, so darf diese. Aber ey, du hast auf jeden Fall bessere Solos. Das ist Niagara zum Beispiel. Das ist kein Icon Song. Ja, das ist echt kein Icon Song. Aber zum Beispiel, das wäre ein Intro für ein Album. Ja, ja, so. Ja, ja, mäßig. Wollah, weil sowas zum Beispiel, ich sag dir, ich kann mich... Aber sowas, das zeigt doch mal so eine Facette von mir. Wollah, für Video. Nein, für Video. Ich habe einen Song, der liegt mir so am Herzen, Bruder. Das Ding ist, ich habe ein Album mal geschrieben, weißt du was? Okay. Das Album liegt geschätzt, das Album wird heißen Sacca Dunia. Merkt euch das? Sacca Dunia? Ooooooh. Bruder, merkt euch nur das. Und voila, Bilder, das ist eins. Ich zeige euch jetzt diesen Song, dass wir so diesen Sound haben. Es geht los und ich lasse alles stehen. Mit einem Stoff kommt und hier ist noch ein Problem. Blick aus den Fensters und streng schein und rein in meinen Dschungel. Ohoho, gut. Wo geht's? Auch wenn das hier alles sein wird, da hat ich vergessen, ich war's. Ohohoho. Alter, geh nur ruhig, ich habe einen Foto, was du auch wenn ich bin da. Krass, ne? Geisteskrank, Dicker, was ist das denn? Boah, sag euch, Bruder. So einen Song könntest du auch bei Alchem bringen. Ja, dann hör auf mich zu mobben, hör auf mich zu mobben. Du bist so eine Lady, eine Lady muss reden wie eine Lady. Eine Lady muss reden wie eine Lady. Bitte hör auf mich. Nicht wie eine Big Boy. Hallo. Ich bin gleich ein Big Boy. Nicht wie eine Big Boy reden wie eine Lady. Wie ein Big Boy. Mit Akzent und U und A. Du machst so, ha, hi, ho. Das ist so viel wie eine Big Boy. Warum du machst so, Chanel? Du musst nicht reden wie eine... Warum du machst so wie eine Big Boy? Warum machst du so? Bumba-Club, bruv. Warum bist du so? Bumba-Club, bruv. Warum bist du so? Bumba-Club, bruv. Wie ein Big Boy? Ein Party-Song, Bruder. Auf Malak. Warum? Das ist Hit. Ich schwöre auf alles, Bruder. Bruder, das ist ein Hit. Ich sage dir mit Ansagen. Du bist Fox-Lang. Ich sage dir, oh Allah, Biele sind die Chance. Ich glaube auch. Oh Allah, lass mich ein, was... Du willst sagen, Bruder, weißt du was, Kassel? Der ist zeitlos. Ich schwöre auf alles, der ist zeitlos. Du weißt, warum wir das gemacht haben, Bruder. Wir haben jetzt so viele Songs gemacht, die sich alle ähnlich anhören. Diese Sommerfeeling und so. Deshalb dachten wir, wir müssen jetzt etwas machen, was nicht so... Wir wollen diese, diese, diese. Abgeheben. Wir wollen genau diese. Da, Shabab. Warte. Hat jemand Feuer? Hat jemand Feuer? Wir müssen bei dieser Hook alle mitmachen, ne? Oh mein Gott. Schön. Wow. Wie ist denn feiert mit 100 Prozent, Bruder? Ich sage dir ehrlich, Bruder, du willst direkt nach dieser Song-Club gehen. Feiert Flasche aufmachen. Der ist zeitlos, Bruder. Wenn ich sage, Zeitlos, dann ist das der offizielle Zeitlos, Bruder. Das ist Dings, das wird voll jetzt Miete sein. Wie war eine Flasche? Ja, ich will voll Rinde, Bruder. Voll, Bruder. Wir machen gerade völlig wichtig. Hey, nach mir. Hey, hey. 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 Ey, Snog Maria, ey! Sie liebt in Egesprrrrrrrrrr Immer wieder, wah, wah, ey! Silikoka, Shem! Wir tragen noch nie beim Essen, mal! Silikoka, Shem! Das ist gut, als in der Karte egal! Silikoka, Shem! Oh, ah, ah! Silikoka, Shem! Oh, ah, ah, ah! Silikoka, Shem! Wir tragen noch nie beim Essen, mal! Aber Kukka, Shem! Leskut, Tausinen und Gluck, Begau! Silikoka, Shem! Oh, ah, ah! Silikoka, Shem! Oh, ah, ah! Ah, ich hab schon mal gesehen, ja! Let's is bad! Oh, oh, oh! Let's is bad! Was, Ewa, Ewa! Mitten, Schabab, Ziof, Arwenna, Papa, Schut, Zwei Magish, und Lepa! Ey! Na, na, na... La Gartine ab jetzt! Es ist gut, doch sieh'n im Club egal. Viel Coca-Cham! Viel Coca-Cham! Viel Coca-Cham! Streckt ab in die Schamtscher! Viel Coca-Cham! Alle wollen Coca-Cham! Wala, wala, wala! Wala, wala, wala! Wala, wala! Wala, wala! Wala, wala! Habe ich nicht zu viel versprochen? Sehr ehrlich! Ich schwöre dir jetzt zusammen, wo wir zusammen sind, halbe Stunde! Wala. Also wir haben uns jetzt einmal kurz hingesetzt und wir haben gesagt, wir müssen eine richtige Struktur haben. Und dann kam der Baré direkt, der hat auch seine Tasche hier, der hier, komm mal her! Und dann, und dann wir waren so. Wie viele, wie vieles, was soll ich schreiben? Wie viele? Ich glaube ich, ein krasses Webpack von Iran, den ich jemals gehört habe. Lass mich noch machen! Ja doch doch! Und die stärkste Hook! Also meine stärkste Hook! Aber Psch! Der kommt verhindert, ne? Sei ehrlich! Sei ehrlich! Krass, ey! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020